Mit dieser Lichtnetzübung kannst du alle Schwere, Belastende und Negative loslassen, was du in diesem Moment gerade bereit bist loszulassen. Ich lade dich ein, setz dich bequem auf einen Stuhl und stelle die Füße nebeneinander auf den Boden. Schließe dann deine Augen und nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Jetzt bitte deinen geistigen Führer, ein Lichtnetz für dich zu installieren, ein Netz aus silbrig-weißem Licht. Nimm wahr, wie dieses Netz beginnt zu wachsen an deinen Füßen, über den ganzen Körper sich legt, deine Beine, deinen Körper und deinen Kopf. Und wie dieses Netz über dir, über deinem Kopf geschlossen wird. Bitte nun deinen geistigen Führer, dass er dieses Netz durch deinen Körper ziehen möge. Beginnend bei den Füßen wird mit diesem Netz alles Schwere, alles Belastende, alles Negative, was du jetzt in diesem Moment loslassen möchtest, mitgenommen. Nimm wahr, wie dieses Netz aus deinen Füßen, deinen Unterschenkeln, deinen Knien und deinen Oberschenkeln. Nimm wahr, wie dieses Netz aus deinem Beckenraum, deinem Unterleib. Deinem Brustbereich, aus allen Zellen und Fasern, alles Belastende, Negative und Schwere mit sich nimmt. Das Netz nimmt alles aus deinen Händen, deinen Unterarmen, deinen Ellbogen, deinen Oberarmen und deinen Schultern mit sich fort. Was dort an schweren, belastenden und negativen in deinen Zellen gespeichert war. Und was du jetzt bereit bist, loszulassen. Das Netz zieht weiter durch deine Schultern, Hals und Nacken. Durch den Unterkiefer, deinen Mund und die Wangen, durch die Ohren und die Nase. Durch die Augen und die Stirn, durch den Hinterkopf und oben zu deinem Scheitel hinaus. Alles schwere, belastende, negative, was du jetzt loslassen möchtest und was nicht in deine Zellen hineingehört. Nimm dieses Netz aus deinen Zellen mit sich fort. Und wenn alles und das ganze Netz aus silbrig-weißem Licht deinen Körper verlassen hat, oben zum Scheitel hinaus. Dann bitte deinen geistigen Führer, dass er all das, was dieses Netz mit sich genommen hat, dorthin bringt, wo es hingehört. Nimm dann deinen Körper wahr und spüre die Leichtigkeit. Die überall dort ist, wo du etwas losgelassen hast und wo das Netz etwas mit sich mitgenommen hat, was dort nicht mehr hingehört. Leg deine Hände auf dein Herz und nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Und lass Dankbarkeit in deinem Herzen aufkeimen für all das, was du jetzt bereit warst, loszulassen. Danke deinem geistigen Führer für seine Unterstützung und komme dann langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück. Indem du deine Zehen bewegst, deine Hände ausschüttelst, deine Arme ausschüttelst, dich räkelst und streckst und dann langsam die Augen öffnest. Zieh dich langsam im Raum um und nimm wahr, was du siehst an den Wänden auf dem Boden, an der Decke. Und mache diese Übung so oft du das Bedürfnis hast, etwas loszulassen und mehr Leichtigkeit, mehr Liebe und mehr Vertrauen in dich und dein Leben zu gewinnen.